Tach und schön, dass du wieder eingestellt bist zu einem weiteren Quick-Tip am Montag hier im Recording-Glog und der heutige Quick-Tip soll tatsächlich ein schneller Tipp sein. Quick and dirty, wie der Engländer sagt, oder schnell und schmutzig, auf jeden Fall der schnelle Weg zum Ziel und darum geht's heute. Was ist das Problem? Sagen wir mal, du hast einen Song fertig gemacht, bist sehr zufrieden mit dem Song, aber denkst so, im Mixen bin ich nicht ganz so gut, ich möchte diesen Song von jemandem anderen mixen lassen. Dann sagt der, ja klar, schick mir die unbearbeiteten Spuren, deine rohen Stamps von den Spuren, schick mir die einfach zu und dann kann ich die abmischen und schick dir dann den fertigen Song wieder. Aber woher nehmen, wenn nicht stehlen, also unbearbeitete Spuren? Jetzt kann man die Stamps natürlich in Studio One relativ einfach ausspielen, relativ einfach, denn es gibt hier den Dialog hier oben, bei deinem Menü gibt's Song und dann kann man hier Stamps exportieren, wählen und dann geht ein riesen Menü auf und dann kann man hier auswählen, Kanäle und Spuren und am Ende des Tages ist es dann doch relativ unübersichtlich und man weiß gar nicht, was soll man anklicken, was kommt dann dabei hinten raus und das wäre vielleicht ein bisschen zu viel für ein Quick and Dirty Video, falls du dich dafür interessieren solltest, für diesen kompletten Dialog, der hier gerade aufgegangen ist, dann schreib doch mal Stamps exportieren unten in die Kommentare, dann weiß ich, dass da Interesse besteht. Heute geht's aber Quick and Dirty, das heißt, wir brauchen das Ganze nicht, sondern das Einzige, was wir brauchen, ist erstmal die Übersicht von den Spuren, die wir exportieren wollen, die haben wir hier. Ich habe hier so einen Loop gesetzt und das Zweite ist, dass alle Spuren, die wir benutzen wollen, als Audiodateien vorliegen. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel ein Softwareinstrument habe, wie dieses Piano zum Beispiel, dann muss ich das vorher umwandeln in eine Audiodatei. Das ist aber relativ einfach und schnell gemacht, ich muss einfach hier alles markieren, was hier zum Audio umgewandelt werden soll, klick dann mit der rechten Maustaste drauf und kann dann hier unter Events auswählen, da geht dann hier so ein weiteres Menü auf, kann dann hier Auswahl als Audiodatei. Wenn ich da draufklicke, dann geht's los, das fängt an zu rechnen, macht ein paar komische Geräusche in meinem Fall, bei meinem Softwareinstrument, bei dem Piano, was ich hier habe, aber das können wir mal getrost ignorieren und warten einfach ab, bis die Audiodatei unten rauskommt und das ist genau jetzt der Fall. Zack, übrig bleibt diese neue Spur. Die MIDI-Spur können wir jetzt weitgehend erstmal ignorieren. Das gleiche mache ich jetzt auch nochmal mit der Hammond-Orgel, die ich da drunter habe, also auch wieder hier. Und weil ich das schon mal gemacht habe, wird das dann hier in der Schnellauswahl, letzte Einträge angezeigt, Auswahl als Audiodatei. So, jetzt habe ich die beiden Spuren, die dann Softwareinstrumente enthalten haben, als Audiodatei vorliegen und kann dann damit weitermachen mit unserem schnellen Trick, wie kriege ich rohe Stems ausgespielt. So, zack, da sind unsere beiden Spuren dann schon als Audiodatei vorliegend. Und falls du jetzt noch irgendwelche Audiodateien in irgendwelchen Ordnern versteckt haben solltest, dann klappt diese Ordner auf jeden Fall auf, damit du auf jeden Fall hier im Bild alle Spuren sehen kannst, die du dann roh exportieren möchtest. Und jetzt kommt der Trick. Wir wählen das Bereichsauswahlwerkzeug, nämlich hier oben, können wir hier oben auswählen, da das Bereichsauswahlwerkzeug oder du klickst einfach, du klickst nicht, du drückst einfach auf die 2, dann wird es nämlich angewählt. Zack, und dann ändert sich der Cursor, wie du siehst, hier in ein Kreuz. Das zoomt gar nicht mit, ist ja witzig, das Kreuz bleibt immer gleich groß, das wusste ich auch noch nicht. Und wählst dann mit dem Bereichsauswahlwerkzeug einfach alles aus, was exportiert werden soll als rohe Stems. Das ist jetzt in meinem Fall jetzt dieser Bereich. Und danach drückst du dann wieder auf die 1 und es wird wieder der ganz normale Pfeil, das Auswahlwerkzeug. Jetzt kommt's. Wir machen hier unten rechts, kann man den Browser öffnen in Studio One oder auch F5 drücken, dann geht der Browser auf und du wählst hier bei Dateien hier oben, wählst du dann einen Ordner deiner Wahl. Ich habe hier schon einen angelegt, der heißt Stems passenderweise. Und jetzt ziehe ich einfach mit meinem Bearbeitungswerkzeug hier die markierten Spuren einfach hier rüber in den Stems-Ordner. Den Rest macht Studio One, mit dem Rest hast du nichts mehr zu tun. Jetzt sind die rohen, unbearbeiteten Spuren komplett in diesem Ordner, wie man hier auch sehen kann. Und ich gehe mal auf meinen Desktop, da gucken wir mal, da ist schon dieser Ordner, den habe ich geöffnet. Und da sehen wir hier die ganzen Spuren. Wenn ich hier mal eine Pianospur anwähle und wir hören mal. Bingo. Fertig ist die Laube. Wenn du deinem Mischer jetzt noch einen Gefallen tun willst, dann nummerierst du die noch eben durch. Das heißt, du machst hier aus dem Piano, was weiß ich, machst du einen 01 und machst dann hier aus deiner Bassdrum, machst du dann vorne noch einen 02 und nummerierst sie dann so komplett durch, dass sie von oben bis unten genauso stehen, wie du sie gerne haben willst. Oder wie, dass sie zumindest zusammen strukturiert sind, was weiß ich, Schlagzeug, alles zusammen und so weiter. Dann kann er sie einfach rüberziehen in seine DAW und kann dann damit weiterarbeiten und den Song so mischen, wie er das gerne möchte. Bingo. Quick and dirty oder schnell und dreckig, aber so sind hier rohen Stamps rausgespielt. Und wie gesagt, wenn du dich für den Rest des Dialogs interessierst, schreib mir gerne Stamps exportieren unten in die Kommentare. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du das zeigst, über einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns die Tage wieder zu einem weiteren Video im Recording-Glock. Und bis dahin wünsche ich dir vom Guten und das Beste, was Gute und Yassu. Haha. Haha.